Ja, herzlich willkommen zur Audioversion meines Blogartikels Suboccipitalmuskeln Never Skip Neck Day Suboccipitalmuskeln In diesem Artikel gebe ich einen kleinen Überblick über diese 8 Muskeln, erläutere, weshalb ich sie so wichtig finde und wieso man sie, im wahrsten Sinne des Wortes, im Auge behalten sollte. Neben dem Tränen der Griffkraft ist es insbesondere die Nackenmuskulatur, welche oft schmerzlich vernachlässigt wird. Muskuläre Verspannungen im Nacken können einen stark negativen Effekt haben, sowohl auf das Gehirn wie auch auf das autonome Nervensystem. Verkürzte Nackenextensoren, in Klammern Suboccipitalmuskeln, sind von äußerster Bedeutung, in Klammern nicht nur, um Athleten körperlich und geistig leistungsfähiger zu machen. Suboccipitalmuskeln, ein anatomischer Exkurs Um die Bedeutung der Suboccipitalmuskeln im wahrsten Sinne des Wortes besser zu durchdringen, werde ich erst einmal wieder einen kurzen, aber notwendigen anatomischen Exkurs voranstellen. Alle Fachbegriffe, deren ich mich in diesem Artikel bediene, werden natürlich wieder in Gänze erläutert. So setzt sich der Begriff Suboccipital zusammen aus der lateinischen Präposition Sub, gleich unter, lateinisch Occipit von Kaput, gleich Kopf. Wörtlich übersetzt bedeutet Suboccipital demnach unterhalb des Hinterkopfes. Diese Muskeln werden auch als Gruppe der kurzen Nackenmuskeln bezeichnen. Wie bereits mehrfach in meinen Artikeln erwähnt, setzt sich der Begriff Anatomie aus der griechischen Präposition Ana gleich auf an oben und griechisch temnein gleich schneiden zusammen. Wörtlich übersetzt bedeutet Anatomie somit aufschneiden. Passend, denn um die Suboccipitalmuskeln des Menschen zu betrachten, muss man auch in einem 3D-Modell zunächst einmal ein paar Muskeln entfernen oder zumindest ausblenden. Andernfalls wird einem der Blick durch der rüberliegende Muskeln verwehrt. So gilt es zunächst, in Klammer immer beidseitig, den Musculus trapezius zu entfernen, den Musculus semispinalis capitis, in Klammern fasciculus medialis, seinen seitlichen, in Klammern lateralen Part, den Musculus semispinalis capitis, in Klammern fasciculus lateralis, sowie den Musculus plenius capitis. Dann ist bereits das Areal freigelegt, um die Suboccipitalmuskeln, in Klammern kurze Nackenmuskeln, zu betrachten. Als da wären, Musculus obliquus capitis superior, im Bild grün zu sehen, Musculus obliquus capitis inferior, im Bild rot dargestellt, Musculus rectus capitis posterior minor, orange, Musculus rectus capitis posterior major, blau. Der Vollständigkeit halber sei auch die Nomenklatur dieser Muskeln kurz erläutern. So steht obliquus für schräg, kommt aus dem Lateinischen, capitis habe ich bereits erklärt, in Bezug auf caput, gleich Kopf, superior bedeutet Lateinisch weiter oben befindlich, inferior Lateinisch weiter unten befindlich, posterior Lateinisch bezeichnet der hintere, rectus bezeichnet auf Lateinisch der gerade gerichtete, minor ist Lateinisch der kleinere und major entsprechend Lateinisch der größere. Dass ich an dieser Stelle meinem etymologischen Sprachfetisch etwas freuen wollte, sei mir verziehen. Dieser Umstand trägt aber nur dazu bei, dass möglichst alle nötigen Fachbegriffe transparent erläutert wurden. Wer wissen möchte, wie er Lateinisch-griechische Begriffe aus der Medizin ganz einfach und schnell selbst dechiffrieren kann, dem empfehle ich meinen von mir viel zitierten Artikel zu lesen, mit dem gleichnamigen Namen Lateinisch-griechische Begriffe für Personal Trainer. Des Weiteren empfehle ich, das von mir sehr geschätzte Werk von Becher et al. mit dem gleichnamigen Titel Lateinisch-griechischer Wortschatz in der Medizin leider nur noch über ein Antiquariat zu beziehen. Die Abbildung, welche jetzt auch in der vorgelesenen Version zu sehen ist, als Video-Standbild, zeigt die Suboccipitalmuskel in einer Schrägansicht. Diese, Zitat Anfang, vermittelt einen besonders guten Eindruck davon, wie die Muskeln zueinander und zu Kopfbewegungen in Beziehung stehen. Der OCI, der zwischen dem Dornfortsatz von C2 und dem Querfortsetzen von C1 verläuft, ist ein fundamentaler Modulator der Wirbelsäulenrotation. Zitat Ende. Klammer auf, Meyers 2015. Unter der Abkürzung OCI ist Obliquus Capitis Inferior, hier im Bild rot dargestellt, zu verstehen. Doch spätestens jetzt wird sich der geneigte Leser fragen, was denn nun so besonders ist an den kurzen Nackenmuskeln. Nun, in aller Kurze, aber, um nicht schon alles vorwegzunehmen, der suboccipitale Stern, respektive das tiefe Nackendreieck, Zitat Meyers 2015, erwartet mit einer vergleichsweise hohen Anzahl an Dehnungsrezeptoren, in Klammern 36 Muskelspindeln pro Gramm, auf und, Zitat Anfang, seiner Verbindungsfunktion zwischen der Augenbewegung und der Koordination der übrigen Rückenmuskulatur, Zitat Ende Meyers 2015. Suboccipitalmuskeln und die Augenbewegungen. Hierzu empfehle ich meinen Patienten, Schrägschicht Klienten, immer folgenden Test zu absolvieren, um die Tonusänderung, in Klammern Spannungsänderung, der Nackenmuskulatur während der Augenbewegung zu spüren. Hände beidseitig an den Kopf legen, in Klammern auf die Ohren, um den Kopf zu fixieren. Daumen befinden sich gerade unterhalb des Hinterkopfes, Daumen hinter oberflächlichen Muskeln eindringen lassen, in Klammern nur sanft drücken, Augen können offen oder geschlossen sein, Augen nach rechts und links, oben und unten, sowie im Kreis bewegen. Trotz des durch die eigenen Hände fixierten Kopfes sollten die Augenbewegungen in der Suboccipitalmuskulatur leicht spürbar sein. Dieser einfache, aber dennoch eindrucksvolle Test zeigt, dass jede Augenbewegung eine Tonusänderung der Nackenmuskulatur hervorruft. Dies ist von äußerster Bedeutung, nicht nur für die Steigerung der in Klammern athletischen, körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, sowie adäquate Propriozeption, in Klammern Tiefenwahrnehmung des eigenen Körpers im Raum und eine, in Anführungszeichen, optimale Körperhaltung mit struktureller Balance. Erhalten die Augen aufgrund asymmetrischer Okulomotorik, in Klammern Augenbewegung, unterschiedlicher Reise aus unserer Umwelt, werden diese auch fehlerhaft an die Suboccipitalmuskeln weitergeleitet. Einfacher ausgedrückt, wenn die Aufnahme visueller Reize nicht konvergent, in Klammern übereinstimmend ist, dann wird sich dies auch auf die Haltung eines Menschen negativ auswirken. Dieses Sachverhalt kann dann zu zahlreichen Symptomen führen, von z.B. A wie Augenschmerzen, über M wie sekundäre Mitochondriopathie, bis Z wie Zähneknirschen. Man bedenke, dass 80% aller vom Gehirn verarbeiteten Reize visuellen Ursprung sind. Welche Bedeutung das Gehirn für die Körperhaltung hat, darüber habe ich in meinem Artikel Brain Coach Performance Certification in Klammer Englisch ausführlich berichtet. Allzu oft wird da nach allen möglichen Ursachen für die exemplarisch aufgeführten Problematiken gesucht, aber nur sehr selten an die kurzen Nackenmuskeln bzw. die Augenmotorik gedacht. Ein relativ unbekanntes Beschwerdebild ist der Umstand des sogenannten nitrosativen Stress. Als mögliche Ursache stelle ich hier auch muskuläre Spannungen, Spastiken in Klammern Zuckungen oder muskuläre Insuffizienzen in Klammern Schwäche der suboccipitalen Muskeln zur Diskussion. In seinem fantastischen Werk Emotional Anatomy schreibt Stanley Kehlemann bereits 1985, Zitat Anfang Zitat Ende Zu deutsch etwa Chronische Muskelverspannungen im Mund und am Gaumen können den Fluss der Gehirnpulsationen stören, ebenso wie die Verkürzung des Muskels im Gelenk des Hinterhaupts Atlas die Durchblutung des Rückenmarks beeinflusst. Neben den suboccipitalen Muskeln korrelieren anscheinend auch die vier Muskeln in Klammern Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor und Subscapularis der Rotatorenmanschette mit der Oculomotorik. So schreibt Myers in seinem Buch Facial Release for Structural Balance deutscher Titel Faszien Release zur Verbesserung der Körperhaltung für Beweglichkeit, Stabilität und Schmerzfreiheit Zitat Anfang The four muscles of the rotator calf point the arm in the same way the body points the eye at the object of its attention Zitat Ende Myers 2017 Auf Deutsch etwa Die vier Muskeln der Rotatorenmanschette zeigen mir den Arm auf die gleiche Art und Weise auf ein Objekt von Interesse, wie es die Augen tun. In einem anderen Artikel habe ich bereits ausführlich beschrieben, wieso es von Vorteil ist, wenn man während des Arbeitens am Computer an einem Stehschreibtisch arbeitet und nicht permanent den Kopf senken muss, um zu tippen oder vom Bildschirm abzulesen. Ich nutze hierfür aktuell einen sogenannten Yo-Yo Desk 120, die ergonomische Tastatur Logitech K860 und einen externen, in Anführungszeichen, curved Monitor von Samsung. Diese Kombination ermöglicht es mir, zum Beispiel während des Schreibens dieses Artikels oder des Vorlesens, eine gelenkschonende Haltung einzunehmen. Mein Blick ist damit völlig horizontal auf den Bildschirm gerichtet und die Tischablage ermöglicht es mir, meine Ellenbogen in einem 90-Grad-Winkel zu halten. Die ergonomische Tastatur schont die Handgelenke und ermöglicht auch ein langes, angenehmes Tippen. Nichtsdestotrotz empfehle ich, bei exzessivem Arbeiten am Computer nach spätestens 25 bis 30 Minuten eine 5-minütige, in Anführungszeichen, bewegte Pause einzulegen. Zum konzentrierten Arbeiten, schrägstich Lernen, hat sich für mich die sogenannte Pomodoro-Technik bewährt, die ich zum Beispiel auch während der Ausbildung zum Heilpraktiker täglich angewandt habe. Wer nach Einsetzen der Dunkelheit noch am Computer arbeiten muss, schrägstich will, dem empfehle ich auch im Kontext der sekundären Mitochondriopathie, das Tragen einer sogenannten Blaulichtfilterbrille. Diese kann dabei helfen, den Blaulichtanteil aus dem Lichtspektrum herauszufiltern. Damit wird die bei Dämmerung einsetzende Melatoninproduktion des Körpers nicht unnötig behindert und die Cortisolproduktion herabgesetzt. Cortisol setzt natürlich ein, wenn die Morgendämmerung beginnt, um den Körper in einen wachen Zustand zu bringen. Also etwas, das man vor dem Zu-Bett-Gehen in der Nacht nicht möchte. Wer ohnehin schon Probleme mit seinem Stresszustand hat und nach natürlichen Wegen sucht, seinen Schlaf zu optimieren, der kann diesen kleinen Trick ausprobieren. Auch relevant, schrägstich interessant für sogenannte E-Sport-Athleten. Meinen Ansatz über Strength Training mit Schrägstich für professionelle Computerspiele kann in meinem Artikel mit dem Namen Strength and Conditioning Training for E-Sports nachgelesen werden. Wie ich meinen Schlaf optimiere, kann in meinem Gleichnamenartikel aus dem Jahr 2019 im Detail nachgelesen werden. Training der Nackenmuskulatur Wie eingangs erwähnt, wird das Training der Nackenmuskulatur aus meiner Expertise auch von Leistungssportlern recht stiefmütterlich behandelt. Dies resultiert dann, meinen Beobachtungen nach, oft in suboptimaler, struktureller Balance und verschenktem Potenzial in Sachen körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit. Wie die Nackenmuskulatur einfach und effektiv trainiert werden kann, habe ich bereits in meinem Artikel Neckflex Attack Your Neck derzeit nur auf Englisch erläutert. Wer eigenständig weiter an seiner Nackenmuskulatur arbeiten möchte und Methoden sucht, um diese zu dekompressieren, dem empfehle ich als ergänzende Literatur meine beiden Artikel Inversion und Dekompression, ich lasse meinen Kopf hängen, und Halswirbelsäulen-Dekompression. Subokzipitalmuskulatur behandeln lassen Wer unter den exemplarisch genannten Beschwerdebildern in Klammern und Schrägstich oder natürlich anderen Beschwerden leidet, der sollte am besten einen geeigneten Therapeuten aufsuchen. Mit welcher Technik diese arbeitet, ist aus meiner Sicht weit weniger entscheidend als eine holistische in Klammern ganzheitliche Herangehensweise. Das bedeutet, dass die Beschwerdebilder aus vielerlei Perspektiven betrachtet werden sollten, sowohl schulmedizinisch-anatomisch in Klammern orthopädisch und internistisch, aber auch aus seelisch-emotionaler Ebene. Wer unter einer chronisch in Anführungszeilen verkürzten Subokzipitalmuskulatur leidet, dessen Faszien, Sehnen, Bänder und Muskeln können durch Weichteilgewebsbehandlung aller Art zunächst gelockert, schrägstich gelöst werden. Leider sind es aber meist die Opfer, die sich beklagen und nicht die Täter. So können in Anführungszeichen verfilzte Faszien zwar bearbeitet und verspannte Muskeln gelockert werden, wenn die sprichwörtliche Wurzel des Problems aber nicht identifiziert und eliminiert wird, kommt es nicht selten zu immer wiederkehrenden Beschwerden gleicher Natur. Wer sich mit dem Thema der in Anführungszeichen emotionalen Anatomie, wie Kehlemann sie nennt, noch nicht befasst hat, für den mag ein psychosomatischer oder seelisch-somatischer Ansatz vielleicht etwas weit hergeholt klingen. Doch wer kennt es nicht? Konstanter, immer wiederkehrender Stress führt zu Verspannungen im Nackenbereich. Selbst jemand, der von manuellen Therapieverfahren keine Ahnung hat und sich das Klagen seines Partners anhört, wird instinktiv damit beginnen, ihm den Nacken zu massieren. Ebenso tief stecken rudimentäre Verhaltensmuster uns sprichwörtlich in Anführungszeichen in den Knochen. Ein lauter Knall, in Klammern dessen Ursprung sich der sinnlichen Wahrnehmung entzieht, reicht schon aus, um eine Angstreaktion auszulösen. Diese resultiert dann im Hochziehen der Schultern und einem Einsenken des Kopfes, um die verwundbare Stelle des Halses vor potenziell darunter Gefahr zu schützen. Bekannt und mittlerweile wohl ein wirklich alter Hut ist der Umstand, dass sich solche Angstreaktionen, wenn nicht adäquat aufgelöst, zu chronischem Stress wandeln können, der in unserem Beispiel dann oft zu einem Buckel führt. Hinter, oder sollte ich sagen, in chronisch verspannten, Schrägstrich in Anführungszeichen, verkürzten Suboccipitalmuskeln kann also weit mehr stecken als nur ein posturales, in Klammern haltungstechnisches Problem. Diese archaischen Angstreaktionen aufzulösen, beschäftigt sich schon den Australier Frederick Alexander 1896-1955, Gründer der gleichnamigen Alexander-Technik. Suboccipitalmuskeln Fazit Schrägstrich Conclusio Durch diesen Artikel ist es mir hoffentlich gelungen, die Bedeutung der Suboccipitalmuskeln zu betonen. Dies gilt für alle Menschen und nicht nur für professionelle Athleten. Da wir Menschen aus Flexion herausgeboren werden, fallen uns Extensionsbewegungen in Klammern Streckbewegungen grundsätzlich schwerer als Flexionsbewegungen in Klammern Beugebewegungen. Die Nackenmuskulatur stellt hierbei keine Ausnahme dar. Weder die oberflächliche noch die tiefer liegenden Suboccipitalmuskeln. Man bedenke, dass wir als Menschen durch unser aufrechtes Stehen physisch der Welt ungeschützt im wahrsten Sinne des Wortes entgegentreten müssen und dabei all unsere verwundbaren Stellen in Klammern Hals, Bauch, Genitalien ungeschützt präsentieren. Bei Vierbeinern ist dies anders. Hier sind diese Stellen zum Boden hingerichtet, während die Waffen in Klammern Klauen und Maul nach vorne gerichtet sind. In Anbetracht dessen scheint es nicht verwunderlich, dass man sich durch emotionale in Schrägstrich seelische Probleme zusammenkrümmt, ähnlich der ursprünglichen Embryonalstellung, um verwundbare Stellen zu schützen. Verhalten unserer Mitmenschen beschränkt sich dabei nicht nur auf physische Natur, sondern eben auch auf psychisch-seelische. An dieser Stelle sei auch der interessante Unterschied zwischen Menschen und Vierbeinern betont. Bei Vierbeinern in Klammern und wohl auch bei Primaten stimmen Bewegungsmuster und Richtung des Verdauungstraktes überein, in Klammern beide horizontal. Beim Menschen hingegen unterscheiden sich beide. Betrachtet man den Verdauungstrakt simpel als Schlauch, verläuft dieser vertikal, während der Mensch sich horizontal, in Klammern durch Beuge und Streckung beteiligter Gelenke, fortbewegt. Demnach ist es eben zum Beispiel wohl nur bedingt möglich, so geschmeidig wie ein Leopard zu werden, um den Titel eines bekannten Buches zu zitieren. Wer in der Therapie seine Haltungsprobleme interessiert ist, der kann, nach vorheriger Terminabsprache, grundsätzlich jederzeit als Patient in meine Heilpraktikerpraxis kommen. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, dann teile ihn mit deinen Freunden, abonniere den Blog, Schrägstich Newsletter und hinterlasse deinen Kommentar. An dieser Stelle möchte ich mich auch fürs Zuhören ganz herzlich bedanken, wünsche dem geneigten Zuhörer und Leser wie immer eine energiereiche Zeit und sage, bleib gesund und bis bald.